Ah, ja, hahaha. Okay, da muss man auch... Genseit, darauf muss man erstmal kommen. Und ihr wisst, ich bin nicht gerade die hellste Glöbierne unter der Welt. Okay. Aber ich mag den Steve von dem Spiel. Äh, wo bin ich denn jetzt? Ach, da oben bin ich. Aha! Ihr könnt mich... Hui! Das sind aber verdammt viele. Keine Röst. Achso, das geht, also. Aha! Das ist ja mal nice. Dass wir das können, vor allem, ist nice. Okay. Geronimo! Strike! Drücker Ellen, um Schaden zu vermeiden. Kann ich da unten rein? Aber ich will jetzt... Kopie-Seite aus meinem alten medizinischen Fachbuch einer Erbschütte wurden markiert. Direkter Kontakt mit Körperlosigkeit infizierten Blutspeichelurin. Ha-ha, wir haben ein secret gefunden. Aha! Und kann ich da oben nicht rauf? Nein, schade! Ich habe ein Geheimnis gefunden. Ich habe ein Geheimnis gefunden. Okay. Und hier, denn... Oh, das wird... Goddammit, das macht Spaß! Jetzt will ich das Spiel Limbo haben. Ganz ehrlich, gibt es das für PS4? Oh! Oh! The days of wasting bullets have passed. Okay, Sean, we shot at anything and everything. But the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carry in the mountains. First, you need to load it. The key resides in being quick. Like those guys in the casinas with cards. Quick fingers. Soft hands. Practice makes perfect. What do you think of that, Ben? Well, done, comrade. Now you have to show me your aim. Try to shoot that can over there. That'll be easy. Schiss, man. Ah, die! Kid, I like your style. Well, let's think of something harder now. Hey, you see that, Crow? Plunk it before it flies off. I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Take the shot, Randy. Let's do right by the poor soul. There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Ah, that's known we. Aus Walking Dead und Sonstiges. Und damit sind wir wieder in der Welt von Dead Light. Schieß auf das Schloss, um weiterzukommen. Ach so, das Schloss da. Wie, hab ich jetzt nicht getroffen? Ich sag, bestimmt noch irgendwas, was man noch gebrauchen kann. Ne, wir kommen hier nicht weiter. Hahaha. Na, gehst du da hoch. Und, hopp. Uh, 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 uh. In pursuit of a white man in the center of Seattle, our goal is to take down our enemy. Repeat, in pursuit of white man, Charlie Watts. That's Parker's motorhome. Oh, man, auch da. Oh, man, auch da. Wo lebt man denn hier nach? Ah. So. Ach so, gedrückt halten. Okay. Wusste ich auch noch nicht. Tja, und. Jetzt. Ja, mein Kriechen. Hahaha. In-Stats-Headle-Washington. Schleiche mich. Status aktualisiert. Das schrecklich ist hier geschehen. Dieser Ort wurde nicht einfach aufgegeben. Hier wurde gekämpft. Es war ein großer Kampf. Aber gegen wen? Gegen das Militär? Die Bilder könnten aus einem Film stammen. Erschreckend. Dass das alles real ist. Okay. Ein, das streichen wir. Es kommt einem so... unmöglich vor. Ah, wie hat man denn noch mal Türen aufgemacht? Mann. Gott, ich muss mich erst wieder an Steuerung gewöhnen. Wir haben einen Verbandskasten benutzt. Ja, ich weiß auch schon wie. Ah, ich drücke mal auf X zum benutzen. Das ist doch schrecklich. Wir haben ein Geheimnis gefunden. Schnell da hoch. That water tower looks weak. I could tackle it down. Okay, da hoch können wir nicht. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends. My family. The fire is now. Und wieder runter. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht die ganze Nachbarschaft hier aufgeweckt hab. Oh, halt, da hatten wir was. Achso, da haben wir noch Türen zu machen. Pass schon. Geh, über die springen wir ganz einfach rüber. Oh, boh, 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 boh. Oh, boh, boh, boh. Gott, ist das dunkel. Beschwerden. Beschwerden an die Polizei von Seattle. Darin, da, da, da. Hallo? Ist hier noch jemand? Oh, ich sehe es schon kommen. Ich komme in den dritten Stock zu diesen aggressiven Heinis. Haha, wir müssen mal von links und rechts durchs Gebäude. Auch nicht schlecht. Äh. Mist. 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 War das jetzt Absicht vorm Spiel? War das jetzt Absicht vorm Spiel? War das jetzt Absicht vorm Spiel? Okay. I kill you, Freaks. Okay. Ja, kein Hochleistungssportler, unser. Correcter. Ich könnte ja mal nachladen. Okay, wir können von links nach rechts hier rüber springen, aber... Reinkriechen können wir nicht. Oben springen können wir nicht. Ich meine, wenn wir stehen bleiben, vielleicht... ...wirken uns dann ja mal... Ach, jetzt halte ich doch mal daran fest. Himmel, Herrgott. Meine Güte! Goddammit, ich komme nicht weiter! Wir haben überlistet das Video-Game. Naja, eigentlich nicht, aber... Lasst mir diesen Moment! Es scheint, dass diese Planker den Weg zu dem Rooftop blocken. Ich denke, dass diese Schäden mir helfen könnten. Und brech ein! Komm her! Und brech ein! He 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 he